Das Institut für Meereswissenschaft in Barcelona hat am Montag die höchste Durchschnittstemperatur im Mittelmeer seit Beginn der Datenerhebung gemessen. Am Montag habe die durchschnittliche Temperatur an der Wasseroberfläche 28,71 Grad betragen. Das teilte das in Barcelona ansässige Institut für Meereswissenschaften, ICM, am Dienstagabend unter Berufung auf Daten des EU-Erdbeobachtungsprogramms Kopernikus mit. Dies sei die höchste jemals im Mittelmeer gemessene Tagestemperatur. Der bisherige Rekord hatte demnach bei 28,25 Grad gelegen und war während der extremen Hitzewelle im Sommer 2003 erreicht worden. Der Mittelmeerraum leidet derzeit unter einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad. In Griechenland, Zypern, Italien und Algerien wüten Waldbrände. Ohne menschengemachten Klimawandel praktisch unmöglich Die aktuelle Hitzewelle im Mittelmeer wäre ohne den menschengemachten Klimawandel praktisch unmöglich. Dies ist eine Analyse des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution, WWA, zu entnehmen. Außerdem sorge der Klimawandel generell dafür, dass die Hitzewellen heißer und länger geworden seien und öfter auftreten.